Hallo ihr Süßen! Ich habe gerade wieder Buchpost bekommen und im Moment versuchen sich DHL und Deutsche Post in der Brutalität zu überbieten, habe ich das Gefühl. Also im Moment kommt alles irgendwo mit Stellen bei mir an. Naja, Daumen halten, dass es dem Inhalt gut geht. Und ich sage auch schon wieder Achtung, Farbschnitt. Das ist meine Liebesbüchse. Also Achtung, ich kann es warten. Ich habe mich so mega auf dieses Buch gefreut. Oh, wie hübsch. Also, das Buch. Ist es nicht schön? Und jetzt kommt es Achtung, Achtung, Farbschnitt. Cool, oder? Oh, cool! Ich hoffe, es stellt jetzt das ein bisschen schärfer. Na, das sollst du scharf machen. Schön. So schön. Ich freue mich so. Das ist der Rücken und der Klappentext. Klingt doch mega, oder? Ich freue mich so. Man kann übrigens nicht die Buchstaben fühlen. Also, seht ihr das? Ich bin so doll gespannt auf dieses Buch. Und dann gab es noch ein Goodie. Ein Lesezeichen. Die Dinger hier sind Magnete. Also wenn man das dann gleich umknickt, hat man ein Lesezeichen mit Popcorn. Cool, oder? Ich fände es richtig doll cool. Und ich freue mich so mega über dieses Buch. Also, sorry fürs Quietschen. Ich hoffe, ihr werdet davon nicht taub oder so, aber... Ich kann es kaum erwarten. Vielleicht gibt es jetzt gleich am Wochenende als Belohnung, weil ich so fleißig gearbeitet habe. Wäre doch ein Argument. Was meint ihr? Ja. 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 Vielen Dank.